Ja, also ich möchte sagen, es ist eine positive Legislaturperiode gewesen. Wie Sie wissen, bin ich in der beruflichen Bildung bzw. im Handwerk verhaftet und in dem Bereich konnten wir über die Einführung des Meisterbonus doch einiges erreichen. Ja, was für mich ein wichtiges Thema ist, die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung. Da würde ich mir vorstellen, wir haben noch viel Potenzial, das noch weiter zu entwickeln. Die Menschen sollen in jeder Bildungsrichtung, in jeder Bildungsrichtung die Möglichkeit haben, sich positiv und weiter zu entwickeln. Vielen Dank.